Sylphie Mays Ex-Partner Raphael van der Vaart, 33, und seine Lebensgefährtin Esther Warnapolman, 24, könnten gerade gar nicht glücklicher sein. Seit drei Monaten sind sie Eltern der kleinen Jesselyn, stolz posten sie immer wieder Fotos ihrer kleinen Tochter. Ein Gefühl, das sich Sylphie auch wieder wünschen würde, Sylphie Mays wünscht sich ein zweites Baby, bei einer Party vergangenen Dezember in Hamburg anlässlich des Startes ihrer Firma Mays Enterprise offenbarte die Moderatorin gegenüber Gala, ich würde gern noch ein Kind haben. Bisher sei das nicht möglich, denn aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung vor acht Jahren nehme sie immer noch Medikamente, und das auch noch für die nächsten zwei Jahre. Wenn es mir danach vergönnt ist, noch mehr Kinder zu bekommen, wäre ich Gott sehr dankbar, sagt Mays, die seit etwa einem Jahr glücklich mit einem Unternehmer liiert ist. Mit Damian ist sie glücklich, dass ihr Ex-Mann das Glück eines zweiten Kindes bereits gefunden hat, mag die Moderatorin trotz ihrer Freude in stillen Momenten vielleicht betrüben und die Sehnsucht nach einer eigenen Schwangerschaft intensivieren. Doch was immer in Zukunft noch passieren oder nicht passieren mag, eines steht für Sylphie Mays jetzt schon fest, egal, was kommt, ich habe sowieso den schönsten Sohn der Welt.